Hallöchen meine Böhrchen und herzlich willkommen bei einem weiteren Part mit Deponier. Beim letzten Mal haben wir Cletus runtergelassen, wie auch immer. Und er wurde entdeckt. Ähm, mal schauen, wo die ganzen Rebellen jetzt hingerast sind. Ähm, da werde ich gleich mal in die Rebellen, ins Rebellenlager gucken. Hallo, Katze. Maus, bitte. Nicht jetzt. Gut, sie hampert mir ein bisschen von... Nein, nicht in meinen Papieren. Danke. Sie hampert mir ein bisschen vorm Monitor rum, aber das macht jetzt nicht sonderbar viel. Solange sie mir nicht auf die Tastatur tritt, ist doch alles an. Ist doch alles an. Super. Ähm, dann gehen wir da einfach mal hinterher. Hier scheint nichts verändert zu sein. Oh. So, so. Rebellenbefall in der Organon-Hauptverwaltung. Kann dir das irgendwer erklären? Das hab ich erwartet. Vor der Zelle antreten. Sofort. Hm. Na, hoppala. Ähm. Ich hoffe, die sind da jetzt nicht alle da. Ah. Okay. Das war gemein. Der Arme Oppenbot. So, noch jemand? Na los, nun ziert euch doch nicht so. Wer trägt die Verantwortung, hm? Okay, da können wir nicht lang. Schade eigentlich. Ähm. Genau. Ähm. Was machen wir denn jetzt am besten? Können wir dann irgendeinerweise weiter? Irgendeiner brummt hier schief mit. Nein, 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 nein. Entsehen die mich doch. Ja, ja. Und das ist ja Gott sei Dank nichts in der Sache, ne? Ohne das passende Antragsformular ist das irgendwie witzlos. Nein, 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 nein. Okay, da können wir gar nicht durch. Können wir sonst hier irgendwas machen? Können wir wieder zurück? Und da irgendwas anschauen? Ich habe ihm nichts mehr zu sagen, außer eins. Solange er sich nicht umtut, so. Ich habe ihn aus... Ja, 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 ja. Okay. Hier können wir auch nichts Neues machen. Mal gucken, ob wir mit ihm irgendwie reden können. Na, ist der etwa kalt? Verstehe. Okay, da können wir auch nichts Neues machen. Oh, warte mal. Schwups. Oh. Yes. Ich übernehme die Verantwortung, Herr Amtmann. Ich sollte unbedingt auch zum Kistenschleppen geschickt werden. Na sowas. Ein Organon mit Courage. Von dem könnt ihr euch alle meine Scheibe abschneiden. Na los, Soldat. Treten Sie vor. Und zur Belohnung singen wir jetzt für unseren tapferen, vorbildlichen Kameraden die Organon-Hymne, bevor wir ihn dann feierlich vom Turm werfen. Oh, my God. Oh, mein Gott. Hahahaha Ich fuhre da nicht weiter. Entschuldigung, aber ich dachte, ich hätte keinen Sinn. Was wissen Sie denn unsere, wir sind noch nicht fertig! Wir sind noch nicht fertig Nehmen Sie Haltung an, Soldat, wir sind noch nicht fertig Hä? Oh Gott, wie laut Schade Nehmen Sie Haltung an, Soldat, wir sind noch nicht fertig Gut, dann lasse ich die da jetzt erstmal singen Ähm, hier haben wir, haben wir hier alles? Ah, stimmt, wir wollten, warte Wir wollten, wir wollten, wir wollten Was wollten wir denn? Ah ja, wir brauchen hiervon Die Antworten von Bozo Ich hoffe, die haben wir noch nicht gehabt oder so Uff, Vandale Gut Hatten wir die schon mal? Ich hab's vergessen Schau sie mir das nochmal an Was? Was? Elysium fällt auf die Ponia Okay Unsinn Was ist denn das Schmerz? Ja, Mann Bei dem war das Was? Ja? Das ist ja furchtbar, warum zeigst du mir das? Das ist doch, Mann Okay Das ist furchtbar, warum zeigst du mir das? Ähm Jetzt ist nur die Frage Himmel Wo bekommen wir das dritte Bild her? Was war da drauf? Teufel, ne? Wir schauen mal zum Rebellenlager Oh, warte Toni ist ja Toni ist ja von dem Ding weg Ha, da ist er Da ist er Hallöchen Hey, Toni Was? Boah, wie willst du denn drum? Ich dachte, du machst jetzt eine Therapie Mein Therapeut hat sie abgebrochen Und mir stattdessen ein Rezept für einen Strick ausgestellt Du hast nicht zufällig etwas damit zu tun, oder? Ich doch Wie kommst du denn da drauf? Rufus Moment mal Ruhender Unterton Aggressives Gefunkel im Auge Hey Er hat es geschafft Du bist wieder ganz die Alte Das war nicht Ziel der Therapie Ach, wen interessiert denn, was das Ziel war? Hauptsache, es hat geklappt, oder? Ach, irgendwie hab ich dieses Geräusch vermisst Danke, einmal reicht Okay, äh, Rezept Was ist das? Ein Rezept für einen Strick Ich hab es hier in Augenhöhe aufgehängt, um es als Option im Hinterkopf zu behalten Für den Fall, dass du wieder auftauchst Kann ich es haben? Nachdem ich jahrelang dafür gebetet habe, willst du dir also endlich einen Strick nehmen? Heute muss mein Geburtstag sein Oh, und ich habe keinen Kuchen dabei Geschweige denn hundert Kerzen Nimm das Rezept und verschwinde Bin schon weg Danke schön Schön, dass du wieder die Alte bist Mit Betonung auf Alt Raus Alles klar, wir gehen Wir wollen ja nicht noch mehr Reiz Obwohl doch, eigentlich schon Reizen ist immer ganz lustig So, wir holen uns jetzt mal einen Strick Vielleicht können wir damit ja irgendwas machen Strick Ich habe hier ein Rezept für einen Strick Darf ich mal sehen? Ah ja, so einen habe ich noch auf Lager Hier, brauchen Sie vielleicht noch Imprägnierspray? Zu dieser Jahreszeit kann es an manchen Brückengeländer noch recht feucht sein Das ist schon in Ordnung Moment mal, das ist ja nur ein Schnürsenkel Tja, ein besseres Modell übernimmt Ihre Krankenkasse leider nicht Tut mir leid So, ich bin wieder da Mein liebstes Lieblingskätzchen hat mir gerade nämlich meinen Traumfänger runtergerissen Ja Und dann musste ich die Nadel erstmal wegpacken Also alles gut So, Strick Strick Können wir den Bosu geben? Obwohl, das ist eigentlich nicht unsere Intention dabei Also sollte sie nicht sein Der schnelle Weg ist meist auch der bessere Aber in diesem Fall bin ich mir nicht so sicher Das ist gut Dann lassen wir das nämlich auch So, aber was machen wir damit sonst? Können wir dem Goon geben? Hey Goon, willst du mal eine voll coole Geschichte hören? Hey, während der Arbeitszeit wird nicht mit dem Personal gesprochen Es sei denn, es geht um Teigtaschen Genau, gut machst du das Teigtaschen Yeah Teigtaschen Okay, dann bekommt Goon schon mal keinen Strick Ähm Können wir den Barry geben? Der sieht so leicht Deprimiert aus Mit diesem Equipment hier Bezwang ich der einst die Bestie von Kuwak Sie schrie Und spuckte Feuer Und es stank widerwärtig nach Schwefel Als sie ihren Namen rief Pony Das schreibt sich T-O-N-I Alles klar Alles klar Nicht, dass du den gerade erst bekommen hast Gute Neuigkeiten Ich habe ein Motiv Echt jetzt? Ach stimmt, das ist Bibi Komm mit, ich zeig's dir Eul nicht drum und halt den Foto an Ich darf sei denn Na dann Oh, können wir damit die Falle bauen? Ja, genau Das wird eine wunderschöne Falle Perfekt Mit nem Strick Ähm, Obo? Bist du sicher, dass eine Schlingenfalle hier die beste Option ist? Na sicher bin ich mir sicher Das ist wie bei den Cowboys Du magst doch Cowboys, oder? Ich mag Cowboy Dodo aus dem Kommunalfunk Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass er ein Baby in eine Schlingenfalle locken würde Ja, weil er kein echter Cowboy ist Lass mich einfach mal machen, okay? Und halt den Fotoapparat bereit Okay Und? Und? Jetzt sitzt er in der Falle Und? Wer ist jetzt der Klügere? Ähm Das ist Bibi Weil die Falle nicht zuschnappt Die Falle ist gesteht Jetzt muss ich den Säugling nur noch heroisch hineinlocken Hast du doch schon Hä, muss ich das verstehen? Er ist drin Und jetzt? Jetzt sitzt er in der Falle Oh? Hih Du bist immer noch nicht klug, Rufus Na warte Wenn ich den erstmal gerettet habe Wird er sich wünschen Er wäre lieber vom Gerüst gesprungen Gekrabbelt Er gekrabbelt Auf den Träger klettern Ja, dann klettern wir da mal drauf Oh 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 Äh Rufus? Gehört das noch zum Plan? Ich verstehe dich nicht Was willst du mir sagen? Vielleicht zeigst du einfach drauf Bibi? Ich verstehe dich nicht Was willst du mir sagen? Vielleicht zeigst du einfach drauf Das Seilende? Ich weiß nicht, ob ich das kann Schon gut, schon gut Ich komm ja schon Nur Mut, Barry Nur nicht runtergucken Nur nicht Oh Okay Rufus Zerretter Im Schweden? Mach das Bescheidete Foto Na gut Das Foto Na Das hat doch prima geklappt Oh Wie sind die da runtergekommen? Ich kann mich gar nicht mehr erinnern Wie das Ganze ausgegangen ist Dann hast du ja das Beste verpasst Habe ich ein Foto gemacht? Und was für eins Ich borg es mir kurz aus Okay? Okay Gucken wir uns das Foto mal an Heldenfoto Das würde sich gut über dem Kamin machen Ich hoffe zumindest Dass wir auf Elysium einen Kamin haben Wo soll ich sonst mein Schießpulver trocken? Ja Und wir haben Baby Bozo Gut Aber schön, dass unser Heldenfoto ein Teufel ist Äh Ja Hä? Können wir ihn da nicht in die Krippe packen? Da Hallo Auf diesem Bild hat er schon wieder Nasenbluten Der Arme Ich habe Baby Bozo gerettet Zu seiner Verteidigung Das Pony war auch wirklich ein Wildfang Oh An ihm nicht Uh, Opa Kommen wir nicht in die Quere, Junge Einige meiner geheimen Zutaten sind hochexplosiv Und ich muss mich schon genug konzentrieren Um meinen Papa Parkinson Parkinson Im Zaub zu halten Äh, ja Parkinson hat er auch seit gerade eben erst Damit bin ich ja in der falschen Adresse Mensch, bist du lustig Gut Wir schauen uns in das dritte Punkt Die Die dritte Antwort von Bozo an Was erkennst du auf diesem Bild hier? Ich will doch einfach nur Und? Das ist der Teufel Yay Mütze, das bin ich Und ich bin dabei, ein Kind in der Not zu retten Und du hast ja echt nicht alle Tassen im Schrank Gut, dann gehen wir zum Therapeuten Und wir bekommen die Medizin Ziegen Beziehungsweise wahrscheinlich die Antitel Depressiver Ich wollte noch eine Therapiesitzung Ja Schon wieder? Na gut Gut, äh, Kartenspiel Wollen wir nach einmal? Sie wollen den, äh, Go diesmal gewinnen Also Machen wir das mal im Schnelldurchlauf Müsifisch, die sind ja so, ich, kommen wir Was, äh? Äh, furchtbar Äh, furchtbar Bensinu Vielleicht, äh, ich, mein ich Es ist nein Und der Teufel Das ist ein guter Teufisch Tja Das klingt wirklich nach einem schweren Fall Meine Analyse zufolge sind sie vollkommen zurecht deprimiert Sie leiden unter einer fremden Person, die ihnen das Leben zur Hölle macht Da helfen nur noch Psychopharmaka Nehmen Sie sich, was Sie brauchen aus meinem Schrank Yippie Bitte was? Äh, ach ja Oh weh, oh weh Ich armes, rückgratloses Würstchen, ich Das will ich aber auch meinen Ja Das klappt doch perfekt Was können wir da alles nehmen? Brechmittel Antidepressiva Das, warum wir auch immer Brechmittel mitgenommen haben Aber mit dem Kunden Sagen wir es mal so Äh, Hinweis, Mendi Oh, die haben wir ja jetzt Oh Niedliches Tier Heldenbild Elysium Niedliches Tier Oh, niedliches Tier Ja, stimmt Bosesreaktion Brr Fett gedruckt Ist das fett gedruckt? Ich glaube schon Okay Supi Jetzt gehen wir nach unten Äh Was machst du da oben? Ne? Blödel Sie jagt wieder irgendwas hinterher, was man nicht sehen kann So Hallo, Boso Antidepressiva Hey, Boso Diesmal habe ich genau das Richtige für dich Lecker Psychopharmaka Sag Ach Da komm schon Einzige Mama, Boso Will ich Ach, das gibt's doch nicht Aber war ich mir diesmal so sicher Vielleicht sollte ich es ihm ins Essen rühren Hunger muss er ja irgendwann mal bekommen Essen Ein Glück, dass wir noch Suppe haben Oh Perfekt Wenn ich die Antidepressiva in die Suppe mische, wird es viel leichter sein, sie Boso unterzudubeln Hier steht, man soll maximal zwei Tabletten am Tag nehmen Boso zählt aber nur zwei Was? Und er ist frustriert für zehn Ach, was soll's Ich tue einfach alle rein Sicher ist sicher Ah, nein Was? Nein Tja, was? Tja, das gibt es doch nicht Baby Boso hat die restliche Suppe aufgegessen Aber da waren doch die Antidepressiva für Boso drin Böser, kleiner Windelscheißer Böser, 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 kleiner Windelscheißer Oh, oh Und jetzt? Da So ein Schietkram Baby Boso hat die ganze Suppe gegessen Wie komm ich denn jetzt an die Antidepressiva? Hm Wofür haben wir denn ein Brechmittel? Hallo Tja, ich sehe keinen anderen Weg meine Antidepressiva zurückzubekommen Sag schön, brav Ah Was mit dem Alphabet üben wir aber nochmal? Und jetzt? Kann er Können wir ihm Boso geben? Nein, nicht, dass er ihn jetzt irgendwie ankotzt oder Oh, das wäre so ekelhaft Okay, wie mache ich das denn? Oh, nee Nicht in den Mund Nee Jetzt reicht's Hör endlich auf Niemand braucht deine Hilfe Und schon gar nicht dabei, die Welt zu retten Weil niemand in einer Welt leben will In der ausgerechnet du den Helden spielen darfst Du bist kein Held Du bist ein Riesenarsch Und du wirst uns alle umbringen Ähm Aber du checkst es nicht Weil wir alle viel zu nett zu dir sind Ach Rufus, der meint es doch nicht so Natürlich meinst du es so Aber willst du mal wissen, was wir wirklich denken? Wir denken Hau ab Wir denken Warum stirbst du nicht endlich? Du willst uns doch helfen Oh der Gold Was ist denn hier los? Warum stirbst du nicht einfach? Wow Das war Wow Mir geht es plötzlich richtig gut Ich fühle mich so Befreit Ich könnte Bäume ausreißen Ich Ähm Oh Rufus Alles okay? Bozo Haltet die Ratensocke Oh ich versteh die nicht Willkommen zurück Bozo Ja Ja verdammt Sieht zwar aus was Also Worauf warten wir noch? Wir müssen zum Rebellenlager Warte nur kurz bis ich meinen Mantel angezogen habe Oh Mann Was für ein Ausraster Vielleicht ist es gar nicht so schlecht Sich von Zeit zu Zeit mal daneben zu benehmen Ich war so sauer So gemein Und das erste Mal seit langem so richtig ehrlich So gesehen Bist du am Ende vielleicht doch einer von den Guten war's Okay So kann man das natürlich auch machen Ähm Bozo von seiner Depression kurieren Yay Wir haben es geschafft Sehr schön So Gehen wir jetzt Bozo Komm schon Komm schon Komm schon Ja doch Ich bin ja gleich so weit Was ist denn da drinnen? Ähm War hier noch sonst was? Ja Oh Spaßschwein Das Geld für die Unter Fürs Untergrund Für das Unter Für den Untergrund Für den Untergrund So Bist du dann soweit? Klar Auf geht's Und du bist dir sicher Dass das Rufus ist? Ganz sicher Oder glaubst du ernsthaft Dass mehr von der Sorte rumlaufen? Glaub mal nicht zu spiel Äh Das wirst du noch sehen Na gut Du hast mich überzeugt Das wirst du noch sehen, Bozo Das wirst du noch sehen Auf geht's Sehr schön Wir sind Äh Bürgerfinden Gut Zutritt zum Rebellen Aber sagen wir doch jetzt Schwup Und wo ist der Rest? Die machen gerade eine Vollversammlung Eine was? Was sollen das für eine Vollversammlung sein? So ganz ohne mich Oder Janosch Und du und Libold seid doch auch hier Wir sollen die Tür bewachen Ist denn niemand von der alten Truppe bei der Vollversammlung? Das ist ein Skandal Ich werde mir diesen sogenannten neuen General mal vorknöpfen Das geht jetzt nicht Der General will nicht gestört werden Und was passiert, wenn der Organon angreift? Wird er nicht Der Organon hat sich zurückgezogen Ablenkungsangriff starten Oh, müssen wir jetzt vielleicht Sind wir das da? Was muss ich tun, damit du mich reinlässt? Willst du einen gefälschten Ausweis? Soll ich dir Abführmittel ins Essen rühren? Das wäre der Klassiker Es gäbe das schon eine Sache Ich will eine größere Rolle Bitte was? Naja Ich habe mir zur Vorbereitung für diesen Job Viele Kriegsmusicals angesehen Und derjenige, der das Tor bewacht Darf nicht mal im Chor mitsingen Dabei habe ich einen hervorragenden Bariton Ich könnte der besessene Oberst sein Greift an Greift an Fuck meinem düsteren Blick Mein Säbel ist gezückt Der Bart juckt wie verrückt Nee, lass mal Äh Okay Nix da Die Tür bleibt zu Schade Wir hätten wir ja einfach mal so Oh ja Sparschwein Sparschwein Ähm, dann gehen wir doch erstmal Oh, warte mal Oh Gott Was war das? Na was schon Der Organon greift an Ach du grüne Grütze Schön, dass es einfach so funktioniert Was denn? Der Organon greift an Echt jetzt? Ja, Mann Scheiße Na los, an die Geschütze Scheiße Warte, ich will einmal reingucken Was ist das? Die Rebellen greifen uns an? Bloß Männer In Gefechtsstellung Hehehehe Yeah Aber zu den anderen kommen wir trotzdem nicht Hm, schade Wo auch immer wir da gerade ein Häkchen bekommen haben Warte, warte, warte Wir schauen nochmal Genau Es ist die Gelegenheit Stiften zu gehen Aber erst einmal raus aus diesen Klamotten Nein Oh Die letzte Kiste Der Warentransporter zum Hochboot Kann vorerst ausgeschaltet werden Und jetzt schaue ich mir etwas Cowboy Dodo an Genau Geh mal nach ganz vorne Dann können wir jetzt nämlich auch Durch das Ähm Durch das Ding Slender gucken Alles klar Dann wissen wir ja jetzt Wo wir da Hingucken müssen So Wir schauen uns jetzt Beziehungsweise holen wir uns jetzt erst einmal diese Nukleinsäure Ich hab die Moneten Die fünf Sloty? Nein, nein Ich meinte, ich hab genug, um die Nukleinsäure zu kaufen Wir wollten noch sechs Sechs Sloty? Siehst du? Tatsache Ich dachte nicht, dass es solche Mengen an Geld wirklich geht Solche Mengen Jetzt muss ich nur noch irgendwie drankommen Viel Spaß dabei Sehr schön Nukleinsäure Sehr schön Wir düsen Oh, das tut mir so leid, Joel Aber dich kriegen wir da irgendwie auch noch raus Also ich hoffe Bibis Auf geht's Oh nein, was haben wir hier ganz vergessen? Gut gespuckt und aufs Eck gelaufen Na wenigstens ist euch nichts passiert Aber Asti Bitte wer? Asti höre ich zum ersten Mal Außerdem würde ich mich doch erinnern, wenn da noch ein drittes Bald gewesen wäre Ich würde sagen, ihr seid vollzählig Du und Na Dingens hier Oh Ähm, na, nicht weiter Viel wichtiger ist ja Wo ist Goal? In den Unheil gelaufen Unheil gelaufen In den Tunnel da hinten? Ach, dann kann sie ja nicht weit sein Du bleibst hier bei Na hier halt Nicht Rippchen Leine lassen Das heißt A-Leine lassen Mit A Also wirklich Kann sie nicht auf das Podest gehen wenigstens? Oh Oh, da ist Goal Nichts, nichts, Putt, Putt Putti, Putti, Putti Schrotz, Alter Warte, nicht bewegen Ich komme jetzt da runter und rette dich Okay Idee Was für eine Idee Ha Ein Weg zu Goalie finden Süß Können wir nicht einfach da hingehen? So da lang Okay Rohr, Rohr, Rohr Nur die drei Rohre Und da Oh, das Fenster Das Fenster, das Fenster So, wir gucken da erst einmal durch Huhu Hä? Huhu Was machst du denn da unten? Na was schon? Ich mach die ganze Arbeit Da lachen ja die Hühner Und? Hast du Argus stoppen können? Ist in Arbeit Und du? Hast du Goal schon wieder groß gekriegt? Kurz davor Sag Bescheid, wenn du irgendwas brauchst Von dir? Träum weiter Andersrum wird wohl eh ein Schuh draus Sehr schön Gut Dann machen wir das aber beim nächsten Mal Finden wir den Weg zu Goalie Und wir können dann Die Sachen hin und her tauschen Wobei der Blaue gerade nix hat Hat der Grüne was? Ja, der Grüne hat die Nickelunsäure Und das Babyfum Und der Rote Hat die Oh Hat die Bilder Alles klar Gut Ah ne Wir wollten zu dem Dann machen wir beim nächsten Mal weiter Ich hoffe ihr hattet heute Spaß Und wir sehen uns Bis zum nächsten Mal Tschüss Bis zum nächsten Mal.